Ihr seid gespannt, was für ein Vieh wir jetzt füttern sollen. Gut, ich nehme dich auch. Und Mario macht inzwischen noch ein paar Klingzüge oder was. Mario, komm mal runter da. So, wie komm ich jetzt in das Teil da rein? Wo war die Röhre? Die Röhre? Hallo, kann mir mal einer helfen? Oh, hat der Fall? Dankeschön. 417 ist ja krass. Mann, wo war jetzt die Röhre? Ich suche nach einer Röhre, ganz toll. Äh, hallo? Röhrelein. Toll, bin ich einmal rundherum gelaufen. Äh, hallo? Wo war jetzt die Scheissröhre? Ich habe doch keinen Röhren. Scheiss nicht, ich bin ja mein Blümchen. Ah, da. Wie komm ich jetzt auf Benjamin Blümchen? Er ist doch schon so lange her. Was? Nur einmal dürfen? Wie aus? Ich kann es mal versuchen für einmal. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie aus? Wie aus? Ja, vollgefasst, wahr? TRANSFER! Okay. Was bringen wir jetzt das? Tollen Leben! Was? Ein... 30 Sternenteile für ein Leben? Du bist doch krank. Du bist doch krank. Du siehst doch... eine kranke Abzocke aus. Ui... 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 Nintendo, Nintendo. Münzenreichende nicht mehr. Nein, wir müssen ja auch die Sternenteile hergeben. Ist doch nicht zu fassen. Egal, wir haben hier noch ein Geheimstern. Oh, yes. Sollte eigentlich nicht allzu lange dauern, weil die Planeten haben wir ja schon freigelegt. Wenn die Wolken... Ja, ja. Endspruch kann ich so genügen. Wir setzen zur Landung an. Mario! Mario! Yes! Oh, yeah! Also, eins muss ich den kleinen, dicken Mann lassen. Stun Einlagerk... Stun... Einlagerkanal. Meinetwegen ist es unnötig. Das ist doch geschehen. Läuft doch alles wunderbärchen. Juhu! Ich hoffe, der Planeten ist noch da. Sonst... werde ich sauer. Aber ja. Kann ich probieren lassen. Komm schon, Mario! Tu doch miesig zu! Äh, ja. Dankeschön! Du brauchst noch ein paar mehr. Wolfenpower! Äh! Hallo! Alter! Woah, woah, woah! Geht doch! Geht doch! Sonnen! Dankeschön! Juhu! Noch mehr Sternteile! Oder auch nicht! Bum! Seifpoint, du Natsch! Die ersten Planeten! Wie sieht's denn hier aus? Gift-Tümpel oder was? Vorsichtsabsturzgefahr! Das ganze erinnert mich ja ein bisschen an Zelda Majo's Mask. Auf den ersten Blick. Oh je. Sieht gar nicht gut aus. Äh, wo ist der Stern? Wieder mal keine Kamera! Du bist doch ein Hirn. Wie lange bleiben die Wolken? Oh nein! Silbersternen sammeln! Ach! Du grüne Neun! Du kriegst die Türen nicht zurück! Was zu? Oh nein! Ist die schon wieder? Boah! Ich hab auch immer gecast, ey! Boah! Neckier-Reckier! Wo ist der erste? Boah! Boah! Neckier-Reckier! Wo ist der erste? Boah! Ich brauche mehr Wolkenpower, wo seid ihr Freunde! Okay, kein Zeitdruck ist schon mal nicht was, oder? Ich kann noch darüber springen. Oh! Ja Mann! Nein! Wieso springt der kleine Mann nicht, wenn er soll? Ist das denn wirklich so schwer? Na ja, jetzt weiss ich ja was auf mich zukommt. ja klar jetzt machen drei sprung jetzt aber gar nicht sollte das war knapp jetzt nicht gemacht ja jetzt machen wieder da ist er ja schon wieder einigen sich zu einem neuen power stern sowas von klar dann können wir diese galaxie endlich hinter uns lassen schluss mit wolken power Hallo, Star! Power! Juhu! Juhu! Somit gehört auch Stern Nummer 23 uns! Oh! Oh! Ja, ich teile ein paar neue Münzen. Ich rede wert. Hier wurde gesät. Wo? Womit? Hab ich doch den zweiten Stern dieser Galaxie geholt? Oh nein, hier gibt's noch einen Stern, oder was? Die Galaxie ist noch nicht abgeschlossen. Was gibt's hier ein schönes? Frostlockengalaxie. Oh nein. Es war definitiv zu kalt dafür. Ruchtdipfelgalaxie, da muss ich so viel springen. Ja. Gibt's hier ein schönes? Ich hab auch schon, was soll es überhaupt sein? Abart in einem schwarzen Loch, oder was? Ist das eine Abkürzung? Okay, Wuchtdipfelgalaxie, wir kommen. Was muss das? Es muss nicht, oder? Die luftig lockere Blasenbalgbären. Hä? Blasenbalgbären? Was soll das sein? Das ist ein Pokémon mit den ganzen Bären, oder was? Oh, was für Yoshi. Eine neue Yoshi-Fähigkeit. Ist ja mal geil. Was für ein Blasenbalg. Was soll das sein? Auch Blasenbalgbären Yoshi, oder was? Nee, das kann ich wohl kaum sein, ey. Was gibt's hier schönes? Hier ist Yoshi. 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 Ich mach doch kein Paar im Schweizerdeutsche. Hier ist Yoshi. Lululu. Was? Hast du gerade was gesagt, Alter? Wohin? 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 Yoshi, was treibst du dich? Tchuuu. Wohin? Aha. Ähm. Ja. Ist ja mal eine innovative Idee, was? Kampf bis zum Gehen nicht mehr. Aber egal. Kommst du auf? Komm schon. Nein, nein, nein! Ui! Togisto. Zum Blum. Zum Kacken. Yoshi was so. Wo ist der Nächste? Yoshi, Yoshi! Egal, ich geh weiter, ey. Das ganze Dick ist und es die ganze Scheisse. Woah, woah! Uff. Safecar. Soweit ich mich kenne, aber ich die Kometen Münzen. Bereits ich. Vart am Witz. Wie geht's hier weiter? Woah, woah. Woah, woah, woah. Woah, woah, woah. Na, 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 na. Das war gar nicht gut. Woah, woah. Try the game. Wut. Der Fußball wieder hoch. Wah, äh. es ist wirklich so schwierig soo, hier hoch und dann hier jetzt sind die Köder mit dir ok, das ist ernst es sogar oh nein, ist der Scheiss wieder komm schon Alter so, dann level up das bringt den ersten Wurf sowas von billigem und 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 nur so ein Schwarz, Dankeschön für nichts und wieder nichts haus sie euch du 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 jahuuu ja mein der alte Mario der freut sich so hm, wie machst du jetzt das Beste? oh der war nicht gut verdammt wo ich ja ah, da ist ja naja, Josh ist so ein braver Haus da kommt mir einfach nach ist das klug? soo, natürlich auch du bist doch zu blöd zum kacken hey alter, komm runter Yoshi bleibste halt da oben oh oh hier ist der ja schön Josh, was hat er denn gerade für eine Aktion hey wenn ich sage komm Beifuss, dann komm auch Beifuss andere Hunde machen es doch auch äh, Haustier manchmal sehr schön, jetzt nochmal, komm schon ja geht doch, ist doch nicht gleich so komm mit Münze, komm mit Münze wow, ist doch knapp, äh wow ist doch noch knapper tja, so kann es gehen wenn man mit Yoshi durch die Gegend fliegt du 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 immer mehr Luft dir, das braucht der Kleine oh nein nicht die Teil, oder? neiii dodododo nein ach das wollte ich doch gar nicht aber egal so kann ich auch alle sammeln das ist doch null Probleme hey Yoshi knapp verweis auf mich immerhin, das funktioniert noch komm Yoshi Yoshi lass doch bitte bei mir alter sonst werde ich dann nämlich sauer nein nein dieser scheiss Dino hey also manchmal geht es mir wirklich aus dem Sack so was mal hier drüben komm schon, komm schon, komm schon nein Yoshi wie bö kann man denn eigentlich sein noch einer, noch einer, komm schon das muss noch ein heissen Part geschehen Yoshi Yoshi ok jetzt noch ein bisschen noch ein bisschen Yoshi noch ein bisschen wow alles knapp hey alter Schwede Gott sei Dank du und Mr. Stern Leute ich brauche erstmal eine kurze Pause wir sind uns im nächsten Part und dann versuchen wir es an unserem Stern der scheiss Galaxie hey bis gleich, ciao tschau